Nummer 4 Dieses Elektrolux Kochfeld ist ein vielseitiges und sicheres Produkt, das mit seinen dualen Induktions- und Gaskochfeldern eine große Flexibilität in der Nutzung bietet. Mit einer maximalen Leistung von 3700 Watt für Induktion und 4600 Watt für Gas können Sie mit diesem Kochfeld Töpfe schnell erhitzen und präzise kochen. Außerdem kann der Kochvorgang dank der Pausenfunktion jederzeit unterbrochen werden, ohne dass das Kochfeld komplett ausgeschaltet werden muss. Sicherheitsfunktionen wie die Sicherheitssperre und die Restwärmeanzeige sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Nutzung. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Dieses Elektrolux Kochfeld ist die perfekte Wahl für alle, die ein zuverlässiges, leistungsstarkes Produkt suchen. Seine 5 Gasbrenner sorgen für ein gleichmäßiges und schnelles Kochen, während die massiven Gusseisenroste die Verwendung selbst großer Töpfe und Pfannen ermöglichen, ohne dass die Gefahr des Verrutschens besteht. Ein leistungsstarker Vogue-Brenner mit Doppelkrone sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit in der Küche. Das elegante Design fügt sich perfekt in jeden Einrichtungsstil ein. Das Datenblatt enthält alle notwendigen Informationen, einschließlich der Abmessungen der Platte und der Nische. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Dieses Elektrolux Kochfeld ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein hochwertiges Produkt mit einer Reihe modernster Funktionen suchen. Ausgestattet mit 4 Kochzonen, ist dieses Kochfeld perfekt für das Kochen von Gerichten aller Größen und Formen, dank seiner Bridge-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, zwei Zonen in einer zu kombinieren, was mehr Flexibilität in der Küche bietet. Ein weiteres Highlight dieses Kochfelds ist seine Fähigkeit, sich an die Größe Ihrer Töpfe und Pfannen anzupassen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekte Kochergebnisse zu gewährleisten. Die Verbindungsfunktion mit der Dunstabzugshaube und den anderen Kochzonen macht das Kochen noch effizienter und reduziert den Zeitaufwand in der Küche. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Dieses Elektrolux Kochfeld ist die perfekte Lösung für alle, die ein hochwertiges Produkt zu einem günstigen Preis suchen. Dank der Induktionstechnologie bieten die vier Brenner des Fachs eine Gesamtleistung von 7600 Watt und sorgen für ein schnelles und effizientes Kocherlebnis. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören der Leistungsbegrenzer für eine bessere Kontrolle der Temperatur der Speisen und die Sicherheitssperre für maximalen Schutz während des Gebrauchs. Das Fehlen des Leistungsbegrenzers ist jedoch ein Nachteil für diejenigen, die eine genauere Regelung des Garvorgangs wünschen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Die Zünderung 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 Bis zum nächsten Mal.